Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tierschützerinnen und Tierschützer aus der ganzen Republik. Wir haben gerade schon gesehen, der weiteste Weg ist wahrscheinlich Starnberg aus dem Bayerischen bis hierher, aber die meisten von Ihnen haben einen langen Weg gemacht bis hierher. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und ganz neugierig haben Sie ja schon geguckt und sind um die Autos geschlichen. Es geht gleich los. Vorher natürlich noch ein paar einführende Worte. Vor allem auch, weil ich an dieser Stelle gerne einigen Personen, die heute unter uns sind, herzlich danken möchte. Das ist ein großer Autos, den ich sehr gerne übernehme. Ich will aber vorweg sozusagen nach Ihnen hin danken und ganz deutlich betonen, dass wir heute hier stehen mit den 50 Tierhilfewagen, die heute übergeben werden, was es so noch nie gegeben hat beim Deutschen Tierschutzbund in der Form, haben mehrere Personen, die hier im Raum sind, den größten Anteil beim Tierschutzbund. Da will ich zuallererst den Schatzmeister nennen, Herr Blink, der Opel in die Knie gezwungen hat, was den Preis ist. Und der vor allem auch schon hier und da Probe gefahren ist, welcher Wagen ist dann der richtige. Deswegen, Herr Blink, herzlichen Dank, Frau Seidel, für das Präsidium. Wo ist sie jetzt? Sie muss finden. Da hinten ist Frau Seidel, die auch im Präsidium die Entscheidung mitgetroffen hat, überhaupt das Geld im Haushalt dafür frei zu machen. Ihnen beiden als Präsidiumsbund, die wir herzlichen Dank für Unterstützung. Ich würde an dieser Stelle aber auch das Team dahinter nochmal würdigen. Jetzt sind nur einzelne Personen hier, aber ich nenne Herrn Kreische und Herrn Tünte. Herr Kreische als Geschäftsstellenleiter der Geschäftsstelle in Bonn, Herr Tünte als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und dahinter die Mitarbeiter, denen Sie bitte den Dank auch ausrichten. Denn das war organisatorisch, abgesehen von der Zeit über Weihnachten, die immer schwierig ist, eine große Leistung, dass wir es geschafft haben, die Autos hier zu haben, von unserer Seite geschafft haben. Zu dem Rest sage ich gleich auch noch was. Aber erst einmal Dank an das Team. Ich darf dann an dieser Stelle herzlich begrüßen Vertreter von Opel, ohne die wir es nicht geschafft hätten. Denn am Ende ging es schon darum, das Maximale aus dem Etat des Tierschutzbundes herauszuholen. Das ist uns in gemeinsamen Gesprächen gut gelungen. Ein gutes Auto, ein gutes Produkt zu einem Preis, den wir auch mit unseren Spendtmitteln leisten konnten. Das ist ja immer die Voraussetzung, dass wir Menschen haben, die das Geld geben, um es dann wieder an die Vereine zurückzugeben. Ich danke Herrn Frank Hegele, Direktor Großkunden. Vielleicht kann er kurz winken, dann genau. Ich danke Frau Angela Hechler, Leiterin des Verbandsgeschäfts, die mitbeteiligt war bei all den Gesprächen. Ich danke ganz herzlich Herrn Andreas Witte, Leiter Nutzfahrzeuge der Adam-Upel-AG. Und man muss immer der Bank danken, deswegen sage ich Karin Schulz-Upel-Bank auch herzlichen Dank. Auch wenn wir Sie in diesem Fall nicht gebraucht haben. Wir haben es aus eigenem Mittel geschafft, ohne Finanzierung, aber wer weiß, was kommt. Deswegen auch Sie herzlich willkommen. Und natürlich sozusagen als ortsansässiger Upel-Vertreter, wie ich so sagen kann. Ich danke natürlich herzlich Herr Bernhard Rosenthal als Geschäftsführer dafür, dass Sie heute hier sein können, dass Sie es mit organisiert haben. Herzlichen Dank. Ich danke Herrn Guido Nö, der im Autohaus Rosenthal der Verkauf Großkundendisposition in den Händen hält. Herzlichen Dank. Ich danke Herrn Joachim Brockmann, der die Nutzfahrzeuge spezialistisch ist, die es mir hier aufgeschrieben wird, im Autohaus Rosenthal. Und ich danke natürlich, auch die gehören dazu, die Presse von Opel, Herr Wolfgang Scholz, der auch unter uns ist, der die Pressearbeit auf Opel-Seite weiter betreut. Ganz hinten auch. Und ich möchte stellvertretend für den ADAC, die heute das Gelände freigemacht haben, für all die Tierschützer, die in Kurven gleich über das Gelände rasen werden, hoffentlich keiner im Überschlag. Ich danke natürlich Herrn Michael Barth, stellvertretend Geschäftsführer ADAC für seine Mitarbeiter, die heute mit ihren Trainings durchführen. Es wird nachher noch Herr Oberbürgermeister Deyer kommen, von Paderborn, der schon wegen der Nähe zu Rosenthal hier ausansässig, aber auch mit dem Herzen für Tiere kommen will, um guten Tag zu sagen, auch wenn Paderborn selbst keinen Mitgliedsverein hat bei uns. Er wird jetzt neidisch und sicherlich haben wir bald einen neuen Mitgliedsverein. So wird der Oberbürgermeister sein. Aber ich will das auch deswegen sagen und anschließen, weil wir natürlich heute auch hier stehen, und das gestatten Sie mir eine Minute kurz auszuführen, weil es am Ende darum geht, wie die Lage der Tierheime in Deutschland aussieht. Denn auch dafür stehen wir hier. Sie alle haben in den letzten Jahren schwere Kämpfe führen müssen, schon davor, aber besonders in den letzten Jahren, weil es finanziell immer enger wurde, weil die Kommunen sich immer weiter zurückgezogen haben aus ihrer Pflichtaufgabe Tierschutz, weil wir immer neue Aufgaben aufgelastet bekommen haben, ohne dass dafür auch die finanzielle Erstattung passiert ist. Ich nenne ja das Stichwort Landeshundeverordnung, die länger bleibenden Hunde, die nicht mehr vermittelbar sind, durch solche hysterischen Gesetzgebungen. Wir haben die exotischen Tiere, wir haben die Menge an Kleintieren, und all das wird immer wieder geschoben und wird gesagt, der ehrenamtliche Tierschutz macht das schon. Ich als Bürgermeister habe da ja einen Verein, da muss ich mich nicht mehr kümmern. Nee, andersrum ist es, es ist eine Pflichtaufgabe der Kommune, sich um die Fundtiere, ich sage, sich um Tierschutz in der Stadt zu kümmern. Das ist mehr als die Fundtierbetreuung. Und damit wir sie stabilisieren als Vereine, haben wir auch diese Entscheidung heute getroffen. Wir haben nicht nur knapp eine Million Euro an Barmitteln an Vereine gezahlt durch Zuschüsse, plus Beratungsleistungen und Zuschüsse. Wir haben hier unter uns die Frau Schönstein von der Tierheimberatung, die mit ihren Kollegen unterwegs ist. Eine Leistung, die wir auch bezahlen als Mitarbeiter, Tierärzte, die wir haben. Aber vor allem haben wir mit dieser Aktion noch mal knapp, ich darf die Summe hier nennen, 750.000 Euro in die Hand genommen, die wir am Ende noch tragen müssen für die Autos, um sie zu stabilisieren, Geld, das eigentlich die Kommunen hätten bereitstellen müssen, um sie auch für die Fundtieraufgabe, wenn sie schon übertragen wird, fixen zu machen. Das heißt aber, wir haben es geschafft, einige Tierheime zu stabilisieren. Viele sind noch in Schwierigkeiten. Und ich bin fast sicher, dass dieses Jahr 2016 eines der schwierigsten Jahre werden wird für viele, weil wir immer wieder hören, die Rücklagen sind so ziemlich jetzt bei Null, wenn es sie überhaupt noch gab. Die meisten planen über die nächsten zwei, drei Monate. Insofern, Herr Plinz-Vorsalheide vom Präsidium, sind wir froh, dass wir hiermit zumindest eine stabile Tierschutzarbeit vor Ort sicherstellen können, mit dem richtigen Fahrzeug, der richtigen Ausstattung, dass sie auch wirklich ihre Arbeit, für die sie ja brennt, ihre Kerngeschäft ist sozusagen. Dafür stehen sie auf der Straße, füllen durch die Möbel, helfen gegen Freilich und Katzen. Das ist ja morgens so viel geaugen, aber an vielen Futterstellen mit dem Wagen umzufahren. Sie werden nachts angerufen, Hunde zu retten, die ausgesetzt sind oder verletzt sind und hilflos darliegen. Und wir freuen uns drum. Wir freuen und hoffen, dass wir damit auch die Lage der Tierheime wieder präsent machen in diesem Jahr. Wir werden, ich kann es ankündigen, im Frühjahr mit einer Imagekampagne, so nennt es sich, für Tierheime nochmal starten. Das heißt, auch mal deutlich zu machen, was die Tierheime eigentlich alles leisten. Wir wollen immer klagen, wofür wir nichts bekommen, aber wir wollen jetzt so langsam mal sagen, warum machen wir das alles eigentlich? Was leisten wir für die Gesellschaft, weil wir glauben, dass dann auch noch mehr Leuten klar wird, ohne uns, kann es nicht weitergehen. Ohne uns wird der Tierschutz in Deutschland zusammenbrechen und deswegen rücken wir heute zusammen mit der Übergabe der Wagen und zukünftig bei all der Arbeit, die wir gemeinsam leisten. Schön, dass Sie im Dachverband Mitglied sind. Es lohnt sich, in einem Dachverband Mitglied zu sein. Sie selber erleben es ja heute. Ich habe jetzt auch nur noch kurz organisatorische Hinweise. Das meiste wird gleich in Rosenthal noch mal kurz, vielleicht anflug oder übergeben, an andere. Ich sage nur, Sie kriegen nachher noch mit, deswegen sage ich das, einen USB-Stick, auf dem schon erste Bilder von der Ankunft der Wagen in Bremerhaven vom Schiff runterrollen, von der Beklebung drauf sind, weil Sie örtliche Pressearbeit leisten können oder für Ihren Internetauftritt was zusammenbauen können. Sie kriegen eine Pressemeldung auf dem USB-Stick mit. Wir werden gleich Einzelfotos machen von der Übergabe, so dass Sie ein Foto für sich haben, für Ihre örtliche Presse. Das kriegen Sie per Mail heute Abend spätestens morgen früh. Da können Sie die örtliche Presse versorgen. Und Sie kriegen noch eine Tierschutzbund-Infokiste mit, die Sie am Ende noch abholen, bevor Sie das Gelände verlassen. Und jetzt ist genug der politischen Reden und der Pressehinweise jetzt wirklich ein Rösenkreis. Dankeschön, Herr Präsident. Dankeschön an das DTB-Team. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Ostwestfalenland. Als Oster würde ich jetzt eigentlich sagen, in der Nähe der Fasthauptstadt von Westfalen. In diesem Fall sage ich im schönen Baderborn. Ja, der Bürgermeister ist noch nicht da, kann mir noch keine Schelte geben, also ist das okay. Ja, es war für uns als Flottenzentrum da am Operagene sicherlich sehr interessante Herausforderung, das Projekt hier umzusetzen. Wir haben mit Ihren Mannen da diverse Gespräche und mit Ute auch sehr konstruktive Verhandlungen führen müssen, die sich die Läden geschlagen gegeben haben. Das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Ihre Truppe war mit und ist, kann ich ganz genau bestätigen, mit sehr viel Herzblut bei dem, was sie tut. Sie hat da sehr gut abgewogen, was sie tun. Und ich als Handelsunternehmer, kann man mit meiner Mannschaft sagen, dank der sicherlich auch guten Unterstützung der Alamopel AG in diesem Zusammenhang, haben wir hier was zusammen hingekriegt, was dann auch dazu führt, dass Sie heute hier unsere Gäste sein dürfen und wir mit Ihnen das neue Produkt erleben dürfen und da Rede und Antwort stehen dürfen. Und das auch noch unter der fachlichen Begleitung von Versicherheitstrainerinnen des ADACs, die Ihnen nachher ein bisschen verkehrstechnisch die Läden lesen werden. Das kann ich Ihnen nur vorweg sagen. Ich will es auch deshalb kurz machen. Sie sind alle schon registriert worden von meinem Team. Sie sind soweit erfasst und assimiliert. Das geht jetzt nach einzelnen sogenannten Slots weiter. Wir sind in vier Trainingskorts unterwegs. Da gibt es einen Theorie-Teil. Dieser Theorie-Teil hat dann damit zu tun, dass Sie das Thema Ladungssicherung nochmal auf den neuesten Stand bekommen. Wir haben Ihnen da als, soweit dann zu den kleinen Nettigkeiten und Mitgaben, als kleines Präsent unseres Hauses, eine Basis-Ausstattung Ladungssicherungs-Material als Geschenk mitgegeben. In unserem kleinen... Da können Sie dann die Erst-Ausstattung mit betreiben. Ich darf Ihnen aber schon eins mit auf den Weg geben. Das ist die Erst-Ausstattung. Das wird nicht reichen. Das macht der Verkäufer natürlich, damit er mehr verkaufen kann. Aber davon mal ganz ab. Das sollten Sie im Kopf haben. Hören Sie auf die Herr Schatten. Es gibt dann die nächsten drei Slots, die mit Fahrpraxis, Bremspraxis und letztendlich auch verschiedene Praxis von Gewichten im Fahrzeug zu tun haben. Wie reagiert ein Fahrzeug mit W- und Entladung? Das ist extrem wichtig, dass Sie da sich herantasten und das fühlen und dass Sie keine Angst haben vor Bremsen. Bremsen sind dafür da, sie zu nutzen und nicht zu streicheln, sondern die muss man wirklich auch treten. Sonst können wir keine Grenze reparieren, wenn wir gemacht werden. Es ist aber auch wichtig, dass Sie sich an die Anweisungen der Trainer konkret halten. Wenn Sie hier diese Tür verlassen und in die einzelnen Slots reingehen, dann ist es so, dass der jeweilige Trainer, der Herrscher im Ring ist und der sagt Ihnen ganz genau, wie Sie sich bitte verhalten sollen. Da ist da auch oberste Priorität. Da hat keiner reinzureden und Sie müssen dann bitte auch Folge zu leisten. Wir fahren hier mit Autos und wir sind eine Menge Menschen auf dem Gelände. Sicherheit, Safety first, ist für uns das Wichtigste. In dem Zusammenhang darf ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie hierhin gefunden haben und bei dem Deutschen Tierschutzbund, dass wir zusammengefunden haben und bei Herrn Hegler, dass er gekommen ist und das besteht nicht, dass er hat, ich bin dabei, Spitze. Die Adam-O-Lag, denke ich mal, kann ich sagen, hat sich da sehr gut positioniert. Und jetzt habe ich einen alten Spruch, den ich immer nutze, bei dieser Art von Übergaben, denn in unserem Flottenzentrum haben wir die schon ein paar Mal gemacht. Da gibt es aus diesem alten Film, wie heißt er noch mal, der große deutsche Nachständige Schauspieler, die man an den vielen Kisten sagt, Männer an die Maschinen, aber jetzt haben wir auch Frauen dabei, also Männer und Frauen an die Maschinen. Ich bitte jetzt, dass Herr Farrs übernimmt. Wo ist er? Michael? Ich wusste vorher, dass die Politiker zu lange brauchen, deswegen nicht so viele Worte. 11.15 Uhr! Ja, aber wir sind alle fertig, alle fertig. Bumm, zuck. Wir sind heute zu fünft hier, das Team möchte ich gerade ganz schnell vorstellen. Wir haben dann einmal die Hundegruppe. Hundegruppe ist die Susanne Wolf. Ja, rausgehen, Hunde mitnehmen. Jawohl! Die nächste Gruppe sind die Katzen. Das ist der Gerd, der hat doch zu Hause Katzen. Können Sie mal folgen. Dann haben wir als Dritten die Fische. Er angelt gerne. Ja, so was anderes. Also die Tiere folgen diesem Trainer, der die Tiere hält. Und die Trainer, wenn Dominique Farrs bleibt, hier hat die Hasen. Und die Hasen gehen in den linken Raum, wo sie ihre Gänze entfangen haben. Da gehen die Hasen hin. Ja, und das ist die Geschäftsführung. Ich bin nur noch Inhaber. Das ist, dass Sie uns nicht willentlich Schaden zu tun. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Ganz wichtig ist, wenn wir eine Geschwindigkeit vorgeben, Sie wechseln von Trainer zu Trainer, deswegen spreche ich das für uns alle. Wenn wir eine Geschwindigkeit vorgeben, halten Sie sich bitte an diesen. Ja, wenn wir sagen 50, meinen wir auf 50 und nicht 70. Und wir haben überall Geschwindigkeitsmessern zeigen, wir wissen also auch, wie schnell Sie gefahren sind. Ja, das Problem ist einfach, wenn dann was passiert, gibt es immer so ein bisschen Probleme mit dem Versicherungsschutz. Deswegen, alles was der Trainer sagt, da wird drauf gehört. Ja, es gibt eine Anweisung, die dürfen Sie den ganzen Tag missachten. Und das ist, wenn wir rufen, schneller, schneller, oder gib mal Gas, dann wollen wir Sie vielleicht irgendwo hinbringen. Das dürfen Sie aber ignorieren. Ja? Gut. Ja, ja. Das ja. Alles andere nicht. Ganz, ganz schnell. Und hinterher wird man dann natürlich relativ zügig, die Box auch mal zu machen. Achten Sie drauf, je kleinschrittiger, desto besser. Dann fühlen die Tiere sich da auch relativ wohl. Es ist natürlich klar, dass in Tierheimalltag Sie nicht mit jedem Hut trainieren können, vorne, dass der lange in der Box bleibt, die nicht in der Straße mal Autofahren. Aber machen Sie es zwischendurch einfach mal, dass das Gefühl, in etwas eingeschlossen zu sein, für den Hut nicht so schlimm wäre, wenn Sie nur dann, wenn Sie einmal dringend zum Tierarzt müssen, weil der Hut was hat. Glücklich zu sichern, ist an dem Geschirr, auf der Rücksetzbank, mit einem passenden Adapter, für den Anschnaller. Haben wir hier nicht die Möglichkeit, hat man im Alltag auch oft nicht. Ich brauche meine Rücksitzbank, deswegen ist der Hund auch im Körper raus. Auch da kann ich natürlich mit Geschirr sichern, wenn ich ihn alleine transportiere. An Haken und Özen hat man ja eigentlich überall. In den meisten Fällen transportieren Sie ja wahrscheinlich mehrere Hunde oder mehrere Tiere gleichzeitig. Hör mal, das ist ja wohl, da schließt der sein Auto schon ab. So. Ach 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 so. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020